Müsste er den Starsilber Barley kaufen oder fünf Freunde löschen, die ich bestimme? Ich glaube, ich lösche die Freunde. Okay, dann der erste, den wir löschen, ist der oberste, also der mit diesen Smilies. Das ist lange schon klar. Sorry Landi, irgendwie enden wir uns immer wieder, dann muss ich dich wieder entfernen. Ah, das ist ja Landis Name, stimmt. Okay, dann der nächste ist Parawip, also der alte Paradox. Sorry Paradox, man. Tut mir leid. Dann würde ich sagen, diesen Lenny mit diesen Smilies. Ja, okay. Schafpunkt Junior, ja, löscht den einfach mal. Okay. Und genau, jetzt noch zwei, glaube ich. Dann nimmst du jetzt einfach die untersten beiden. Ich weiß nicht, wer das war. Ah, okay. Okay, jetzt steh' ich und dann steh' ich gleich noch bei Friedland. Okay, let's go. Sind beide weg. Okay, ja, ripp an deine Freundesliste, schon bei Top Next.